Servus Leute, was geht heute? Nicht so viel, wie man sieht, immer mal ein ruhiger Tag. Der Wind hat einmal endlich nachgelassen, aber es bleibt schon wieder, in der Höhe geht es nach wie vor noch. Ja, was steht bei mir auf dem Programm? Ich habe den Silaball nähert, solange es da so ist. Ich habe es mit dem Pflügel hergestellt. Und dann habe ich bei meinen zwei Autos sowas zu machen, oder halt den Wechsel. Das geht auch noch dahin. Da sieht man jetzt, dass der Wind noch Zeugt in der Höhe hat. Wie langsam auch wüsste man raufhert. Ich gehe nicht rein. Am Ende Schnee ist wieder ein Saawinter. So, dann haben wir die Leitmann. Wie es zu sehen gewesen ist, hat der Wind aber doch nass. wie man sieht. Wie man hier den Wind schreibt. So, dann haben wir die Säule so hochzuschneiden. So, dann machen wir die Säule. Los, dann machen wir die Säule. Super, dann gehen wir die Säule. Soll ich den Vater mal jetzt, oder eben schon streichen. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Der ist noch hoher, wir hatten gerade den Bärenplatz. Das ist ein Rätter. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist der Wienerstrich. Das ist auch schon passiert, dass bei E-Modlingau ans Gelegen, das Bier genau hat. Zwischen zu den Oberstaunen oder zu den Unterstaunen, aber passen wir ein, da können wir nicht nachher was doppelt zählen. Schöne, das muss direkt, ja. Oh, ja, rein. Sollte, das ist nicht so gut. Die Räume ist auf der 5.0. Die Räume ist ein König. Vielleicht werden wir noch ein Auerbachstelle. Wo ist der nächste Lagerinastrie? So! Da ist direkt der Städte. Verhandeln wir uns nicht. Das ist schön. Das ist schön. Das ist schön. Das ist schön. Das ist die andere Seite. Sollte Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020